Der nächste Mythos ist eigentlich ein Doppelmythos. Es geht um zwei Aussagen, unter denen sich ein gemeinsames Missverständnis verbirgt. Die beiden Mythen lauten, LDL funktioniert nur für bestimmte Ziele und Inhalte und LDL überfordert schwächere oder jüngere Schülerinnen und Schüler. Auf Fortbildungen höre ich oft, dass LDL für naturwissenschaftliche Fächer nicht geeignet sei und nur für bestimmte Ziele und Inhalte bei starken Klassen funktionieren. Wieso denn das? LDL ist viel mehr als eine Methode. Es ist ein Konzept bzw. eine Haltung, die bei jedem Thema, in jedem Fach und bei jedem von uns funktioniert. Im LDL-Konzept bekommen die Schülerinnen und Schüler und die Lehrkräfte eine neue Rolle. Lehrkräfte sind vor allem Lernende, Coach und Berater, die sich aktiv zurückziehen, sodass die Schülerinnen und Schüler selbstständig ihren Weg zur Verinnerlichung und Anwendung der neuen Inhalte finden. Eine LDL-Gruppe ist eine lernende Organisation. Schwache Schülerinnen und Schüler gibt es nicht. Wir sind alle Expertinnen und Experten. Hier betreten die Teilnehmenden stets unbekannte Felder auf ihrer Expedition. Schülerinnen und Schüler, die dieses Konzept erleben und mitgestalten, entfalten ihre Potenziale und wachsen über sich hinaus. Dank diesem Konzept entwickeln die Schülerinnen und Schüler wichtige Kompetenzen fürs Leben. Erstens, sie wissen, was Menschen brauchen, um glücklich zu sein und gehen achtsam miteinander um. Inklusion läuft in LDL-Klassen reibungslos. Zweitens, sie sind flexibel und haben geübt, wie sie mit Unsicherheiten zurechtkommen. In der Pandemiesituation erlebe ich täglich Menschen, die in dieser Hinsicht talentfrei sind. Drittens, sie konstruieren gemeinsam Wissen und wählen ihre Themen selbst aus. Thematisch entfernen wir uns vom sogenannten Lehrplan, dessen Forderungen aber trotzdem nebenbei erfüllt werden. Viertens, sie reagieren schnell und selbstständig auf Veränderungen. LDL-Schülerinnen und Schüler zeigten große Selbstständigkeit bei Remote Learning. Ihre Projekte liefen einfach weiter. Fünftens, sie vernetzen sich und entwickeln kollaborativ Lösungsansätze. Und sechstens, den Schülerinnen und Schülern sollte schnell klar werden, dass sie für sich und für die Gruppe und nicht für die Schulaufgabe lernen. Sie sind verantwortlich für ihren Lernprozess, nehmen ihr Lernen in die Hand und unterstützen sich gegenseitig. Es entsteht eine kollektive Intelligenz, das lebenslange Lernen wird angebahnt. Mein Fazit lautet also an dieser Stelle. LDL ist eine Haltung, die bei jedem Thema und in jedem Fach Anwendung findet. Alle Schülerinnen und Schüler waren angesprochen, da eine arbeitsmotivierende und entspannte Atmosphäre im Klassenzimmer herrscht. Aufgrund dieser Haltung fühlen sich alle Teilnehmenden wohl und können ihre Potenziale entfalten.